jetzt sag ich euch mein wort vom tode der völker imitator generator heißt das kälteste aller kalten ungeheuer kalt lügt es auch und diese lüge kriegt aus seinem munde ich der imitator generator bin das volk wozu produzieren wir noch mehr menschen wir machen doch eh alle die gleichen fehler und die zeit alle kriechen sie rum alle sauber alle fressen alle weil sie auf der fresse alle machen sich in die hosen alle füllen krieg gegen sich und gegen andere ich bin jetzt bei uns noch ein bisschen mit dem ich fliege hart halte wenn die anderen zusammen auf dir ist unsere schluss gegen diese leute gestorben und ich werde jetzt noch abziehen hier in dieser pupsbode kundes wenn man es treu sich macht ich hab's wirklich reichen, dass sie noch neu sind das ist überhaupt eine scho ich kaufte sich kaum eine sau hier Wir helfen hier als erwachsene Menschen eine Entscheidung zu treffen auf der unendlichen Fülle an Möglichkeiten zu machen. Los, 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 los hier! Los, 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 los! Los, 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 los! Heute Abend fängt drei Partys statt. Ich, ich, ich kann nur auf eine gehen! Ich verpasse also... ...drei! Was ist denn? Ja, du machst jetzt schon keine Eile! König Achthus schlägt dem schwarzen Ritter den rechten Arm ab. Oh! Der Fick ist mein... Sicherheitsrisiko! Was ist denn? Eigentlich stimmt ja auch mal auf! Stichst aber und machst nichts! Essen gehen oder selber kochen? Ja, ich nehme die Spacke in die Halle drauf, ja! Was ist los? Was geht mit dir? Forrest, ich bin krank. Oh, du Russen! Wegen einer Erkältung! Erweiß jemand! Was machst du? Ach komm, es geht weiter! Oh, du Ritter! Hey! Bumm! Ich bin krank! Bumm! Imitator, Generator, wo der langsame Selbstmord aller das Leben heißt. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG